hallo liebe herzlich willkommen beim junk food guru und wo bin ich heute beim bei mir mal beim chris heute mal bei mir zu hause weil wir heute noch ein bisschen was anderes noch aufzeichnen aber wir haben uns das nicht leben lassen wieder ein paar produkte für euch zu testen zu zweit weil das ja so gerne mögt und heute hat der daniel für euch lunch vorbereitet ein kleines mittagessen in form eines smoothies und wir haben uns gedacht eigentlich immer nur junk food mcdonald's und ko wir ändern uns ja auch gesund mal zwischendurch das ist das ist ein mittagessen verarbeitet als smoothie nein ich glaube man kann wenn du die suppe von little lunch ist kannst du das hier als nachtisch nehmen den smoothie kann glaube ich keine mahlzeit ersetzen sollte keine mahlzeit ersetzen aber ein smoothie kann ich als ernährungsexperte sagen ersetzt eine der fünf portionen obst pro tag aber wer schafft das eigentlich fünf portionen obst pro tag ich nicht ich esse eine portion obst pro monat ja nee das habe ich schon am tag eine portion ich habe jetzt drei sorten von little lunch das sind übrigens alle sorten ich stelle mir die erste sorte vor das ist der das ist der gelbe mango orange mayakuya mit goji beere oder heißt das goji wie spricht man das aus du keine ahnung ich bin keine ahnung goji oder goji schreibt das mal unten runter das ist eine sehr gesunde frucht ich habe vorher recherchiert kommt aus der mongolei und aus diesem südrussischen raum ist das eine power frucht da ist irgendwie alles drin was man braucht drei milliarden vitamine und die ist in diesem little lunch gelben smoothie drin die goji beere ist die power frucht natürlich nicht 100 prozent sondern 0,5 prozent goji beere aber die hat wirklich in sich der zweite smoothie den wir gleich testen ist wonach sieht der aus weiß jork kokos banane kokos dattel und maka und ich habe mal gelesen was ist denn maka dachte ich mir kennst du maka chris auch nicht gar nicht maka ist so eine spezielle wurzel eine gegensein wurzel und das haben die alten maya benutzt jetzt kommt es jetzt super spannend soll extrem potenzfördernd sein und spricht vom viagra aus der natur die alten maya und so die haben da echt das wirklich ein gehirn fördernd und potenz fördernd lass mal das flächeln direkt direkt hier und hier das spricht mich an dann haben wir noch little lunch red edition mit erdbeer johannesbär heidelbeere und baobab baobab was ist baobab zeig mir noch einmal kurz diese wunderschöne rote farbe baobab kennt ihr baobab ganz gesund hier im hintergrund werden irgendwelche gestiken es kommt aus afrika wo ich geboren bin ach ach so cool ich dachte da freut sich jemand auf die frage im hintergrund ist die sarah im hintergrund ähm ah ok ich dachte wenn ihr bis zum schluss dran bleibt dann kommt sarah nochmal ins bild oder ja da kommt sie noch mal rein ja was das für eine frage ist so man ist jetzt gespannt das wäre so gespannt womit fangen wir an fangen wir mit dem gelben an genau ich würde die potenzfördernd würde ich am ende machen ich weiß nicht was geil wäre bei dem video sicher ist sicher sage ich mal genau so ich mache das mal auf das besondere ist die sind ein halbes jahr haltbar ohne kühlung deswegen gibt es jetzt auch teilweise an tankstellen das ist ganz praktisch ja ich gebe dir mal einen gib mal einen ein oh das ist doch immer schön das ist so dickflüssig wie kennst du diese hip babygläser still ist wie viel baby bereits ach guck mal soll ich schon mal kosten ja koste mal ich probiere es jetzt auch mal mmmm exzellent wow jetzt wackelt sogar das bild krass das schmeckt richtig geil der schmeckt wirklich gut wie teuer zwischen 2,50€ und 3€ ist der einzelne handelsverkaufspreis ich habe gesehen weil da auf der homepage von diesem verkaufssender wurden da 6 stück für 15€ angeboten das macht dann 2,50€ pro smoothie und gibt es auch im rewe habe ich die auch gesehen oder im edeka bestimmt auch mmmm wir sind heute so gesund geschmacklich echt eine 10€ weil ich finde nicht zu gut nicht zu sauer perfekt ich kriege immer sehr schnell Sodbrennen wenn ich etwas mit Obst trinke 27% Mango ist übrigens die größte Anteil der Frucht und 22% Apfel dann kommt Orange, Banane, Apfel direkt, Mayakuya etc. und die Goji wäre lecker schmeckt sehr sehr gut was haben wir jetzt? Red Edition und der hat 68 Kalorien pro 100ml das ist ein bisschen ein kleines Schwergewicht aber es ist gesund 68% Obst 68% Kalorien und wie viel hat der hier an Kalorien der hat 54 Kalorien die roten für die Sparfüchse hab ich gerade gesabbert das ist der ganze Fruchtzucker egal passiert sehr froh dass du es mit dem weißen Zeug nicht gemacht mit Baubau zum Wohl achso ja Little Lunch Baubau hier haben wir Erdbeere, Johannisbeere, Heidelbeere Fand ich den anderen besser echt? boah ich bin ja so ein Obstschlemmerfuchs scheiß wort Obstschlemmerfuchs nein ich liebe Obst ich bin ein Schnäppchenfuchs ganz gerne und ich liebe Obst und Schlemmen ja aber das schmeckt echt lecker ich finde das total geil ja aber gib mal deine ehrliche Bewertung das ist nicht meine Sorte wahrscheinlich wegen Banane oder? ne Banane mag ich sehr gerne echt aber ich fand das andere fruchtiger mhm das ist mit so ein bisschen ja vielleicht ist es auch wenn man Mango mag ich sehr gerne Marakugia mag ich sehr gerne mhm die Gojibeere kenne ich nicht finde ich bestimmt ganz geil ja würde ich jetzt eine 8 geben aber das ist natürlich auch musst du sagen auf hohen Qualität das stimmt ähm wir haben 30% Apfel direktsaft 24% Banane 20% Erdbeere Orange schwarze Johannisbeere liebe ich und Heidelbeere ja was ich finde das auch saulecker und ich tatsächlich ich kann nur sagen bekommt immer die gleiche Punktzahl und ich bin eher Team Rot deswegen würde ich den gerade bei mir auf der 1 zählen auf der Geschmacksskala weil äh ja weil ich eher auf rote Früchte stehe die mag ich ganz gerne wir haben den letzten Smoothie wer jetzt schon den letzten der weiße der weiße Smoothie mit Kokos Dattel was ist da noch drin Apfelsaft wie in jedem Smoothie natürlich auch Apfelsaft Dattel Maka Maka diese Potenzwurzeln gibt es ja auch so zu kaufen die Maka Wurzel ja ich glaube doch in der Apotheke und so schmeckt die auch? wenn ich jetzt die Apotheke dann geben sie mal mal eine Maka ne du wirst nicht ganz genau warum dann sagst du wahrscheinlich um dein Gedächtnis ich wollte schon einmal auf die Reeperbank gehen haben sie mal so eine Maka Wurzel für mich wie gesund das ist ne das sieht schon interessant aus ne das sieht so ein bisschen wie wie Sojamilch aus es sieht echt aus wie Sojamilch das stimmt ich bin oh das riecht auch ich bin jetzt schon voll von dem Zeug ne das hier ist tatsächlich auch der Gewinner der ähm der 83 Kalorien auf 100ml also der Gewinner der Kalorienanzahl der rote hat am wenigsten der gelbe ist im mittleren Bereich und der 83 Kalorien auch von der Benillte aus dem Zeug rein liegt dass 23% Bananen hier drin ist dann kommt Apfel und natürlich die Kokosnussmilch die hier drin ist die wird wahrscheinlich und Dattel 3% Dattel und 0,1% Maka Wurzel ok probieren wir einfach mal geschmacklich dabei traust du dich nicht? ach doch eh egal das ist so viel du weißt ja dass das ganze vorher zu war ich hab da nichts rein gemacht ja oh ja mmm mein favorite ne weißt du warum ich bin so voll wenn du zwei davon also ich glaub wenn du so ein so Ding austrinkst man muss echt auf eine sind so lecker mit zwei Hälften getrunken das heißt ich hab schon eine komplette weggeblings aber das schmeckt so ein bisschen wie Pina Colada geil stimmt oh mein Gott der ist schon geil es ist gesund und lecker also der ist richtig geil ich find die alle saumäßig lecker das ist wirklich geil den findest du am besten? den der rot ist für mich der letzte mhm dann würd ich sagen die beiden weiß und gelb auf Platz 1 im Prinzip für mich und dann dann ich will Pyramide sind wir uns einig weiß, gelb, rot die 1 ganz krass oder? ja gelb ist bei dir auf der 2 ne auf der 3 ne 2 doch 2 aber bei dir auf der 3 richtig und deswegen ziemlich ausgeglichen Little Lunch man kanns auf jeden Fall empfehlen die Smoothie sind saulecker mega gut und wir sind jetzt richtig gesund und gerüstet für den Winter und äh für das was jetzt gleich kommt ja bis zum Ende des Jahres sind wir vitaminfit und nur noch was versprochen am Ende wir brauchen noch wer war die Dame am Anfang die sich gerade hier neben uns äh schön macht obwohl das gar nicht mehr nötig ist die schminkt sich nämlich gerade ja die schminkt sich nämlich gerade direkt verdrehen kannst du nicht cutten? cutten? wir arbeiten doch ohne Schnitte hier ganz einfach ne geht nicht schade geht gar nicht doch doch ich mags immer live und ohne Schnitt ah guck mal guck mal juhu erwischt hallo prima so schnell geht das das war heute schön improvisiert das ist ein tolles Video geworden glaube ich ohne Schnitt ohne Schnitt hier oben abonnieren jo kommentieren und wir sehen uns bei Chris yes kommt bald vorbei ähm wir machen jetzt sozusagen einen großen Jahresrubblick und da bist du ja dann zu Gast ja ich freu mich drauf das Video kommt am 30.12. oder am 31.12. ich glaub zu Silvester kommt das ja sehr gut kann man sich das schön angucken bis dann tschüss bis 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 Vielen Dank.